Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Donnerstag, dem 10. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 540 und ich bin heute eingesprungen für den Achim, den ihr wie ja in den letzten beiden Tagen gehört habt, nicht mehr wirklich fit ist. Gute Besserung an der Stelle, aber jetzt kommen wir zu den Themen. Coop Mobile, Qualcomm, Apple Maps, Aktionärstreffen, Face Unlock, Google Maps, Google Podcasts, Acer Predator, Triton 900, Outdoor, Bewegungsmelder, Netatmo und Pink Floyd. Ich beginne gleich mit einem Schweizer Thema. Coop Mobile, Coop ist ja ein Detailhändler für all diejenigen aus Deutschland und Österreich, die das nicht so auf dem Schirm haben und die haben, wie so viele andere Firmen auf diesem Welt, ein eigenes Netzwerk, was sie ihren Kunden anbieten können für mobiles Telefonieren, Surfen etc. Die haben bis vor kurzem, nämlich genau bis gestern, über Salt telefoniert, der dritte Schweizer Provider neben Swisscom und Sunrise. Und ja, dem ist seit gestern, wie gesagt, nicht mehr so, denn neue Kunden laufen jetzt neu über das Swisscom-Netz. Der gleiche Schritt ging UPC mit ihrem Angebot, was sie hatten im mobilen Bereich im letzten Jahr auch. Somit wird es langsam dünn drüben bei Salt Orange, wie es früher einmal hiess. Wir gehen weiter in Richtung Qualcomm und da gibt es eine irreführende und rufschädigende Aussage. Anscheinend soll Tim Cook gehabt haben, weil er im CNBC-Interview darüber gesprochen hat, dass seit dem dritten Quartal 2018 kein Kontakt mehr zwischen Apple und Qualcomm zustande gekommen ist, weder über ihn noch über Mitarbeiter noch über die Anwälte etc. Und Qualcomm behauptet ja seit Wochen und Monaten immer das Gegenteil, dass sie kurz vor einer Einigung seien. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Das letzte Mal, wo sowas in die Richtung ging, hat sich dann bei Qualcomm der Nucke rausgehauen und die haben die Verkaufsverbote für China und Deutschland erlassen. Ich bin mal gespannt, was der nächste Schritt ist und oder wie es da weitergeht. Wir haben sicherlich noch ein bisschen Futter hier in der Daily für die nächsten Wochen und Monate. Denn per 15. April 2019 ist es jetzt festgelegt, das Datum, wo das Ganze vor Gericht geht in San Diego. Wir dürfen also gespannt sein. Auch hat Apple bekannt gegeben, wann das Aktionärstreffen ist. Das ist dieses Mal am 1. März und auch wieder im Steve Jobs Theater, also direkt in Cupertino im Headquarter. Wer mit darf, kann ab dem 6. Februar einen Platz reservieren. Die sind natürlich begrenzt, muss man also schnell sein. Ich drücke mal die Daumen und ich bin gespannt, was sie bis dahin noch an den Zahlen rumschrauben können. Kennt ihr Face Unluck, Face ID, wie es bei Apple heisst oder wie die verschiedenen Techniken auch immer heissen mögen? Die sind ja mehr oder weniger sicher. Da gab es ja auch schon das eine oder andere Video von Geräten, die dann ein bisschen negativ herausgestochen haben. Jetzt hat man das Ganze ein bisschen breiter untersucht. 110 verschiedene Smartphones hat man getestet und sagen, schreibe 42 Stück davon sind durchgerasselt. Bei Marken kann man von richtig unschön reden. Nokia und Sony sind da mit dabei. Denn alle deren Face Unluck fähigen Smartphones sind durch die Sicherheits-Tests gerasselt. Das heisst einfach kurz ein Bild vorneher oder ein Selfie von der Person und schon konnte man sich einloggen. Es gibt auch einzelne Hersteller, wo die Flaggschiffe zwar funktioniert haben, aber dann die kleineren nicht. Bei Samsung zum Beispiel die ganzen, was ist das, SGS 9 und das Note 9 haben gut abgeschnitten, aber das 8er A8, das hat gar nicht gut abgeschnitten. Einzig bei Apple sind alle Geräte durch den Test gekommen, ohne dass es ein Problem gab. Kleiner Anbieter wie Wiko mit dem View 2 und Oppo Find X haben bei den beiden Smartphones bestanden. Andere Modelle aus ihrem, ja, aus ihrer Timeline hätte ich fast gesagt, aus ihrer Produktpalette sind auch durchgerasselt. Wer da genauer wissen möchte, daily.giktok.ch, da könnt ihr das Ganze nachlesen. Dann gehen wir mal in Richtung Google. Die haben an der CES bekannt gegeben, dass der Google Assistant noch weiter ausgerollt wird. Neu in Google Maps und das nicht nur für Android, sondern auch für iOS. Heisst, ihr könnt da drin neu jetzt auch die ganzen Google Assistant Funktionen nutzen. Wer es braucht, freut sich darüber. Alle anderen, für die passt es ja auch, denke ich doch. Dann habe ich eine Neuigkeit bei podcatcher.ch aufgelesen. Google Podcasts neu im Android Auto integriert. Wer also ein relativ modernes Auto hat mit Android Auto drauf, Google Auto, und da auch Podcasts hören möchte, der kann das, sofern er auch die Google Podcast App nutzt, in Zukunft tun. Kleines Wehmutströpfchen. Ihr dürft nicht die offizielle Version, welche da im Artikel verlinkt ist, nutzen, sondern müsst auf die Beta-Version. Ein APK-Link ist im Beitrag verlinkt, somit könnt ihr euch das runterladen und selber ausprobieren und ab dann im Auto einfacher und sicherer Google Podcast, also Podcast hören über das Google-System. Toll, gefällt mir. Acer hat nicht nur das Swift 7, was der Achim diese Woche angekündigt hat, vorgestellt. Auch haben sie, nicht vorgestellt, aber nochmals gezeigt, den Acer Predator 3Tron 900. Und das ist ja ein Riesending, was ein Gaming-Convertible ist. Heisst, ihr könnt zum einen damit Games spielen. Ihr habt eine vollwertige Dessertatur nebendran, ein kleines Trackpad. Und das Display lässt sich umkehren und dann habt ihr ein Riesentablet mit voller Power, wie das halt ist. IPS-Panel, 4K-Auflösung und GeForce RTX 2080 etc. Also richtig, Power steckt da mit drin für die Gamer, die auch zwischendurch mal auf dem Tablet gamen möchten. Da bin ich mal gespannt, welches Spiel das sich dafür eignet. Lasst mich doch wissen, wenn euch das interessiert und ihr an dem Teil interessiert seid. Kommentare oder Social Media, ihr könnt euch austoben. Weiter geht's mit Smart Home News, auch von der CES. Da hat Philips Hue ein bisschen Systemerweiterung gezeigt. Schon im letzten Jahr haben sie angekündigt, die neuen Linien für den Outdoor-Bereich. Da ging es dann fast neun Monate, bis die Produkte auf den Markt gekommen sind. Dieses Mal geht's schnell. Ab Februar sollen die Produkte schon da sein. Und was gibt's? Es gibt ein Bewegungsmelder. Es gibt neues Flutlicht. Es gibt neue LED-Stripes. Es gibt neue, also generell einfach Dinge für draussen, um euer Haus rundherum auch noch zum Leuchten zu bringen. Der Bewegungsmelder ist schon sehr spannend. Da wäre ich mit dabei. Weiter geht es mit Smart Home und diesem Mal mit HomeKit-Unterstützung. Nämlich die erste smarte Video-Doorbell, also Klingel, die man haben kann eben mit HomeKit-Unterstützung, ist auf dem Markt oder kommt auf dem Markt und zwar von Netatmo. Die haben ja schon eine intelligente oder eine smarte Türklingel, jetzt aber eine, die auch noch HomeKit unterstützt. Wer das braucht, sollte sich's anschauen. Zu guter Letzt, mein letztes Thema für heute ist ein Express-Thema in dem Sinne. Und wahrscheinlich auch eher für Leute, die in und um Dortmund wohnen. Ich war ja im letzten Jahr mit Sennheiser in Dortmund zu Besuch und durfte das Pink Floyd Museum anschauen. Und, oder Museum. Die haben eine Ausstellung, Their, 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 Mein Gott, Englisch, Their Mortal Remains. Lies bisher nach dem Beitrag. Das geht einfacher. Das ist noch bis und mit heute offen. Also wer's noch nicht gesehen hat und eben, wie gesagt, da in der Umgebung ist, sollte sich's noch anschauen. Ist nicht nur für Fans der Gruppe gut. Und es gibt auch einiges an Geschichte eben über die Gruppe Musik generell in dem Bereich um sie herum. Sehr, sehr spannend. Und natürlich mit den Produkten von Sennheiser. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit denen da war, sondern weil ganz am Schluss auch ein 360-Grad-Konzert war, das wirklich eindrücklich war. Also so könnte man immer Musik geniessen. So zu Hause im Musikzimmer, Videozimmer, wie auch immer. Das waren's die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Wenn ihr Details möchtet, wie immer daily.geektalk.ch, da könnt ihr euch die einzelnen Dinge anklicken. Ansonsten freue ich mich, wenn der Achim morgen wieder fit ist. Und ja, euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.